hallo und herzlich willkommen zu diesem bitwig tutorial in dieser folge geht es um das note delay ein note fx bzw ein midi effect device bei dem es um timing geht und nicht um echo aber legen wir doch einfach mal los so da ist das gute stück das note delay vorneweg dieses delay nimmt man einfach wenn man eine spur etwas verzögern möchte das kann ein externes gerät sein was zum beispiel von sich aus verzögert dann kann man das für interne geräte hier einfach noch mal eine verzögerung dazu packen so dass die beiden geräte zum beispiel synchron spielen aber gehen wir einfach erst mal über das eigentliche gerät so haben wir den ein ausschalter dann haben wir hier sogar wieder ein paar presets dass den not delay namen den ich hier im inspector ändern kann dann gibt es hier die remote controls das sind keine definiert das kann man selber machen dann gibt es hier noch die modulatoren und dann sind wir schon beim eigentlichen device das bietet nicht sehr viele optionen aber das was es bietet kann man gut benutzen und zwar gibt es hier wieder einen eine delay delay sektion mit sechzehntel das heißt ich kann hier im sechzehntel raster mein sound verzögern und das geht auch weit über 16 16 raus nehme ich insgesamt zwei takte und ich kann natürlich das noch mal nach nach hinten und nach vorne ziehen so dass ich nicht unbedingt ganz genau auf das dritte sechzehntel verzögern zum beispiel oder ich kann das ganze noch mal hier direkt mit millisekunden bis hin zu fünf sekunden verzögern so und hier unten habe ich auch noch mal eine interessante option nämlich diese delay offs das bedeutet nichts anderes wenn ich einen ton spiele wird dieser ton normalerweise verzögert wiedergegeben wenn ich den ton aber vorher wieder loslasse bevor er gespielt werden konnte dann ertönt er erst gar nicht das sind diese delay offs das heißt alle töne die vor dem delay oder vor dem erreichen der delay zeit wieder losgelassen werden die betrachtet dieses gerät auch gar nicht mehr wenn ich jetzt hier einfach mal spiele man sieht es ja schön an dem punkt wenn ich den knopf drücke machen wir jetzt bei drei so und wenn ich jetzt die layoffs mache und ganz kurz nur drücke so rum war das entschuldigung so hört man nichts das ist der standard machen wir ein bisschen länger hier so ist die verzögerung wenn ich die delay offs mache das heißt wenn ich die taste nicht mehr gedrückt habe und ich erreiche dann erst die delay zeit dann ertont der ton auch nicht also ich drücke jetzt mal kurz kommt nichts bleibe ich drauf sobald ich los lasse geht er auch wieder aus so das kann man wie gesagt machen um sich mit einem externen etwas langsameren gerät so besser synchronisieren zu können oder im einzelnen synchronisieren zu können man kann es aber auch mit instrument leeren machen so ich habe jetzt einfach mal so ein paar instrument übereinander gelehrt habe hier auch noch mal so ein bisschen rum experimentiert und habe zum beispiel bei diesem zweiten instrument habe ich eine takt verzögerung eingebaut und habe noch das um eine oktave tiefer aber das hat mehr was mit dem instrument selber zu tun das heißt das erste instrument spielt so und dann spielt das zweite instrument immer ein takt verzögert schön hier mit dem tempo synchronisiert und ich habe jetzt einfach mal noch ein paar drums dazu gepackt und würde jetzt mal ganz kurz spielen mit dem device immer soweit durch aber wenn euch das interessiert wie sich das anhören kann dann hört einfach mal ganz kurz zu bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.